Wir freuen uns auf, Florian Huber, Leiderplatz. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Mitstreiter, liebe Jury. Bereits im Jahr 1977 hat der österreichische Generalmajor Duitsch in seinem Buch Die unbewältigte österreichische Landesverteidigung geschrieben, dass der Mantel nie richtig zugeknöpft wurde. Klingt eigenartig, oder? Landesverteidigung, Bundesheer. Der Ausdruck Bundesheer kommt gewiss jedem bekannt vor. Landesverteidigung. Die meisten werden wohl wissen, dass unser Bundesheer bewaffnet ist, aber ob sie unser Land verteidigen kann? Naja, ich kann es auch nicht so recht beantworten. Jedoch hat damals dieser Generalmajor eben gemeint, dass es zwar einen Mantel gegeben hat, um es symbolhaft darzustellen, und dieser Mantel wurde nie richtig zugeknöpft. Es hat wohl Versuche gegeben, das Land Österreich zu verteidigen oder zu rüsten, um es verteidigen zu können, aber es ist nie passiert. Gott sei Dank, oder? Gott sei Dank musste das Land Österreich nie verteidigt werden. Ich bin glücklich darüber. Wir leben im Frieden. Wir haben zwar ein Bundesheer, das uns verteidigen kann, aber wir werden es nicht benötigen. Stimmt das? Brauchen wir das Bundesheer nicht? Ich denke nur an die vielen Auslandseinsätze, in denen das österreichische Bundesheer beteiligt ist, um den Frieden auch in anderen EU-Ländern oder auch im internationalen Raum zu sichern. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir auf das Bundesheer eingehen. Wie leben wir mit dem Bundesheer? Diskutieren wir über das Bundesheer? Die letzte annähernde, umfassende Diskussion war wohl am 20.01.2013. Und zwar gab es damals eine Volksbefragung in dem Staat Österreich, ob die Wehrpflicht abgeschafft werden sollte. Verteidigungsminister Norbert Darabosch hat lange vorher bereits dafür Politik gemacht, die Wehrpflicht abzuschaffen. Wieso? Naja, die Begründung des Verteidigungsministers war, dass es wohl eine zehnjährige Vorwarnzeit gibt und auch gäbe und dass die klassische Panzerschlacht im Machfeld nicht mehr stattfindet. So weit, so gut. Das Bundesheer sollte auf die klassischen militärischen Nebenkompetenzen wie Landesverteidigung, aber nur in eingeschränktem Maß, also sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze unter Katastrophenschutz beschränkt werden. Allerdings sah das die Bevölkerung ein bisschen anders. Schließlich ergab die Volksbefragung eine deutliche Mehrheit von rund 60 Prozent für die Beibehaltung vom Wehrdienst und Zivildienst. Schließlich versprach der Verteidigungsminister, dass, wenn man die Wehrpflicht schon beibehalten müsse, sie wenigstens attraktiver werden solle, denn die Bevölkerung hätte nichts davon. Er versprach sehr viel. Es sollte auch der Sport besser gestärkt werden, die Soldaten sollten bessere Mittel bekommen und sie sollten sich auf ihre Hobbys beschränken können. Wie sieht es knapp nach drei Jahren und zwei Verteidigungsminister später aus? Wurden diese Versprechungen gehalten? Ist der Wehrdienst attraktiver? Hat das Bundesheer mehr Geld? Also in budgetärer Hinsicht nicht viel. Denn im Zuge der Wirtschaftskrise, Stichwort Griechenlandhilfe, wurde wieder mal am österreichischen Bundesheer gespart. Ein rigoroses Sparpaket wurde beschlossen und das ohnehin schon unterdotierte Landesverteidigungsbudget wurde abgeschnitten und erneut gekappt. Schließlich bewegte es sich auf einen Anteil von 0,55 Prozent des Bruttoinlandsproduktes hin. Statt einem Anteil von 1 Prozent, dies wurde von allen politischen Parteien am Beginn gefordert, jedoch nicht durchgesetzt. Dies war im Jahr 2010. Bereits drei Jahre später sah es anders aus. Und jetzt erneut, im Jahr 2016 setzte ein Umdenken ein. Denn am 13.04., es ist noch nicht lange her, trat Verteidigungsminister Doskozil vor die Presse zusammen mit Bundeskanzler Wermann-Feimann und gab bekannt, ich zitiere, Das Budget des Bundesheeres befindet sich in der Zielgeraden und angesichts von anhaltender Flüchtlingskrise samt ausweitenden Grenzschutz und neuen Terrorgefahren soll es bis 2020 zwischen 1 und 1,3 Milliarden Euro mehr geben. Dies hätte Finanzminister Hans-Jörg Schelling dem österreichischen Bundesheer und auch dem Kanzler zugesichert. Reicht das Geld? Reicht das Geld? Ein ganz und klares Nein. Nein. Denn damit wurden gerade einmal ausgeglichen, was im Zuge der Finnsparreformen, die in Österreich seit der Abschaffung der Neutralität und dem EU-Beitritt, wobei man natürlich bestätigen muss, dass wir offiziell nach wie vor neutral sind, ausgeglichen wird. Denn im Heer fehlen jährlich 2 Millionen Euro. Jährlich. Dieses Geld, was aber dem Minister gegeben wird, ist für vier Jahre, vier Jahre. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wer gut im Kopf rechnen ist, dass das nicht reichen kann. Also, sollen wir das Bundesheer ganz abschaffen? Wäre das eine Lösung? Brauchen wir so etwas überhaupt in der heutigen Zeit? Für mich eine berechtigte Frage. Allerdings muss man sagen, ich komme, dass die allgemeine sicherheitspolitische Situation kritischer denn je ist. Diese hat sich im Verlauf des vergangenen Jahres massiv verschlechtert. Syrien-Krise, Griechenland, Flüchtlinge, Terrorgefahr. Auch der Bürgerkrieg in Syrien, den ich bereits am Beginn erwähnt habe, ist nach wie vor ein wichtiges innenpolitisches und außenpolitisches Thema. 2011, mit dem beinahe Zusammenbruch des Regimes, trat Syrien, ein kleiner Staat, allerdings sehr wichtig für die internationale Politik, immer mehr in den innenpolitischen und europäischen Gesamteindruck. Die Bevölkerung wollte putschen, wollte eine Demokratie schaffen. Der Minister Assad, oder der Präsident, wie man es auch nennen will, wehrte sich dagegen mit militärischen Mitteln. Und als er fast gestürzt war, fast, es fehlte nicht mehr viel, griff Russland ein. Russland, ein treuer Verbündeter von Assad. Putin setzte mit militärischen Mitteln schließlich durch, dass Assad wieder die Oberhand gewann und kämpfte auch gegen den Neuaufstieg des IS an. Auch die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und auch die Deutschen sind mit gewissen Kontingenten in Syrien vorhanden, allerdings nur, um die IS zu bekämpfen. Also ist das wohl ein syrischer Weltkrieg, oder? Die ganze Welt hat Interessen in so einem verhältnismäßig kleinen Land wie Syrien. Die ganze Welt. Viel näher allerdings ist der Krieg in der Ostukraine. Und dies ist nach wie vor in den Hintergrund geraten. Nur um zum Vergleich. Lemberg und Wien liegen näher beieinander als Vorarlberg und Wien. Ich glaube, das konnte sich keiner vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Die Stadt in der Ukraine, in der es politische Unruhen gibt, in der die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, in denen Krieg an der Tagesordnung steht, Angst, Gefahr, Flucht, liegt näher beieinander als ein österreichisches Bundesland von der Landeshauptstadt. Interessant, oder? Allerdings müsste die entscheidende Frage der nächsten Zukunft sein, wie sich die Migration auf die europäische Innen- und auch Außenpolitik richten wird. Welche Auswirkungen hat der Flüchtlingsstrom? Hinzuweisen ist darauf, dass die massiven Wanderungsbewegungen in den letzten eineinhalb Jahren dazu geführt haben, dass in Österreich sowohl die Polizei als auch das Bundeswehr an den Rand ihrer Kapazitäten gelangt ist. Ohne Hilfe der Ehrenamtlichen und der freiwilligen Zivilschutzorganisationen wäre diese rasche und wichtige Hilfe der Flüchtlinge wohl nie möglich gewesen. Außerdem stellt die Ankunft von 100.000 Personen im Jahr Österreich natürlich auch eine innensicherheitspolitische Situation und Gefahr dar. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Flüchtlinge für Österreich gefährlich sind, denn ich glaube, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings muss man bedenken, dass IS-Kämpfer unter den Flüchtlingen nach Österreich einreisen. Ich möchte nur ein paar Stichwörter erwähnen. Köln 2016, Paris 2015, Paris 2016, Brüssel 2016 und natürlich auch München 2016. Also der Feuerbogen, der rund um Europa gebildet wurde, hat längst schon seine Feuer innerhalb von Österreich gezündet und auch innerhalb von Europa gezündet, denn glaubt nicht, dass die Terrorgefahr in Österreich längst ausgestanden ist. Demgegenüber scheinen diese Entwicklungen noch nicht ausreichend in das Interesse der Bevölkerung gelangt zu sein, denn sowohl Polizei als auch das österreichische Bundesheer stehen, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, am Rande ihrer Kapazitäten. Und dies kommt in der Bevölkerung kaum an. Kaum ein österreichisches Medien schreibt darüber, dass dem Bundesheer nach wie vor Geld fehlt, dass die Polizei keine Ressourcen hat. Ja und, was tun wir damit? Eigentlich nichts. Auch die Warnung des Landesfeuerwehrverbandes, dass das Bundesheer im Katastrophenfall nicht zur Verfügung stehen würde, wurde nicht gehört. Jetzt allerdings noch einmal die Frage. Brauchen wir das Bundesheer? Ich möchte diese Frage klipp und klar beantworten. Ja, denn für mich ist das Bundesheer der einzige Verband innerhalb Österreich, der gut ausgebildet mit wenigen Mitteln, die man ja hinzufügen könnte, und international und innerhalb Europas und auch innerhalb Österreichs die Sicherheitspolitik bewerkstelligen kann. Denn ich glaube nicht, dass eine Polizei, die aufgerüstet wird, die Interessen Österreichs im Ausland, zum Beispiel bei den UNO-Friedensmissionen, bewerkstelligen kann. Dies ist klipp und klar nicht der Fall. Ich habe am Beginn das Urteil des Generalmajors Duitsch zitiert, der von einer unbewältigten Verteidigung Österreich sprach. Momentan ist nichts weniger, als die Sicherheitspolitik Österreich unbewältigt. Die Gestaltung unserer Zukunft hängt davon ab, ob uns das gelingen wird. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir uns alle vereinen und alle für dieses Ziel kämpfen, sei es, dass wir bei der Online-Petition und zu Erhalt des Bundesheers mitstimmen. Oder sei es, dass wir uns informieren und auch der Öffentlichkeit zeigen, dass wir dem Bundesheer Anteil nehmen, dass es uns dann gelingen wird, diesen schwierigen Prozess erfolgreich zu beenden. Ja, momentan, wie es ausschaut, schon. Also, das glaube ich nicht. Denn schon damals, als Generalmajors Duitsch dieses Buch geschrieben hat, ging man davon aus, dass Österreich wirklich im Katastrophenfall drei Jahre lang, Baddeutsch haben wir versprochen, drei Tage lang verteidigt werden kann. Also, damals haben wir aber eine große Spannung zwischen Westen und Osten gehabt. Das heißt, es waren auch mehr Mittel da. Und heute, wo diese Mittel fehlen, gehe ich davon aus, dass momentan die Landesverteidigung aussieht, die Landesverteidigung in Terrorgefahr nicht mehr wahrgenommen werden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir noch in einer kurzen Pause.